Schönen guten Morgen, Weltmeister! Ja Mann, was ist das hier für ein Gewand? Wer hat die Unzucht getrieben über Nacht und ein weibliches Oberteil liegen lassen? Gott zum Gruße, meine stolzen Sachsen, endlich wieder unter euch. In Dresden, dort wo die großen Fürsten herkamen. Schön ist es, endlich wieder hier zu sein. Ich möchte euch vorstellen, Schwester Kama und Schwester Sutra. Und so haben sie den rechten Weg der Tugend eingeschlagen, nämlich an meiner Seite durchs Leben zu wandeln. Rektus, ich habe eine dringende Botschaft für euch. Bei Gott, so sprecht? Ja, wir haben Schwein gehabt. Schwein? Gestern Nacht, ich auch, ja. Nein, Rektus, das darf nur keiner wissen unter uns. Es hat eine Razzia gegeben. Eine was? Eine Razzia, der Papst hat ein Englein geschickt, um eure Gemeinde St. Felatius zu überprüfen. Ich nehme mal eines hinaus. Aller feinsten Blätterteig, den er gerollt, jedoch nicht ohne vorher leckerstes hineinverfertigt zu haben. Nämlich zum einen den feinsten Käse vom Schafe oder zum anderen das Fleisch von der Brüte. Sowohl für die Vegetarier durchaus geeignet, als auch für die Fleischfresser. Ihr müsst nur das Richtige bestellen. Ja, und dann nahm es seinen Lauf. Denn es steht geschrieben, teilt alles, was euch der Herr erwachsen lässt. Hat's wohl gemundet? Das ist die wundervolle Sassi. Was habt ihr Fall zu bieten? Was ist das für ein Gesöff? Das ist ein drunkeny Nesser without being drunk. Was? Drunkeny Ness? Da ist also kein Alkohol drin? Da ist kein Alkohol drin. Wer soll das saufen? Fui! Die Gemeinde ruft Fui! Fui! Außerdem ruft die Gemeinde gleich nochmal Fui, weil Sassi ist verheiratet. Das ist er, unser Meister von der Kinderrüstkammer. Dort bekommen die Knaben alles Rüstzeug, was sie brauchen, um sich durchzusetzen im Kindergarten. Schilde, Morgen, Sterne, Schwerter. Dort könnt ihr euer jährlich Bad wohl nehmen. Auch die Kinderlein sind aufgerufen, wenn sie da stinken, schon anfangen in jungen Jahren. Dieses Weib hat immer frisches Wasser. Wir prüfen es in jedem August, damit es nicht älter ist als ein Jahr. So ist es. Das ist Mellie von Toms Drachenschenkel. Wunderbar. Was gibt's bei euch? Den heiligen Mäd, richtig? Und was ist in diesem Horn heute? Das ist einmal das Wikinger. Das Wikinger ist gezapft. Jawohl. Und ihr vertretet auch die Bärenweine am heutigen Tage? Ja, so ist es. Ich hab ein Liebeselixier dabei. Herrlich. Ein Liebeselixierweiber, damit kriegt ihr jeden Kerl rum. Reingebissen, Luder. Los, 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 los geht's! Passt geht, du kommst überhaupt nicht zurecht, ne? So ist das, wenn man gierig ist, Kinder. Da hat man so viel in der Hand, dass man nicht zum Essen kommt.